Hey Leute, ich bin's wieder, eure Lan. Leute, ich hab eine E-Mail von Game Master bekommen und es gibt ein neues Spiel, eine neue Challenge. Und diesmal muss ich das am Handy machen und der hat mir irgendeinen Link geschickt oder keine Ahnung. Ja, mal sehen. Ich muss auf Apple Store. Okay, ich komm gleich wieder. So Leute, ich bin wieder zurück. Boah, ich kann mir das nicht geben, Leute. Ich kann mir ihre Stimme einfach nicht... Hey Leute, ich bin wieder zurück. Oh, ich ziehe jeden Buchstaben. Verliere im heftigen Kampf gegen den Game Master, gefangen im Fischernetz. Es scheint so, Leute, als würde gerade jener gegen den Game Master kämpfen, Alter. Wisst ihr was, ich bestelle mir jetzt... Wisst ihr was? So, Moment. Ganz kurz, Leute. Ich bestelle mir jetzt sofort auf Amazon eine... So eine Anonymous-Maske bestelle ich mir. Haben die... Guck mal, Leute. Haben die hier diese Billo-Maske? Haben die diese billige Maske hier? Diese hier? Also, die Maske hier oder eine andere? Wisst ihr das? Ist das diese billige oder diese hochwertige? Leute, ich werde jetzt auch ein Game Master-Video machen, Alter. Ich will die Klicks auch farmen. So, die hole ich mir schon mal. So, in den Einkaufswagen. Was sind gerade ausverkauft, die Masken, Alter? Ne, das dauert mir zu lange. Das dauert mir zu lange, Leute. Es gibt ein Dreier-Set, gibt es auch. Die Teure, die haben die billige alle, wa? Hier, eine Maske. Wann kommt die an? 1. bis 10. April. Die sind alle ausverkauft, Leute. Game Master-Videos gehen gerade so durch die Decke. Ah, hier ist noch eine. Sehr gut. Komm. Die hat drei Sterne, die Maske. Die nehme ich auf jeden Fall. Kostet nur 7 Euro. Okay. Dann brauche ich weiße Handschuhe für Herren. Ja, so Stoffhandschuhe. Ganz wichtig. So. Für Kinder. Auch für kleine Erwachsenen-Hände geeignet. Sehr gut, da bin ich raus. Äh, hier. So. Dann nehmen wir die einmal noch ganz kurz. So, dann bestelle ich mir das, Leute. Und dann mache ich die Tage auch ein Game Master-Video. Weil jetzt reicht es mir. Ich bin nicht so eine. Doch, bin ich. Ich bin genau so eine. So. Dann wird jetzt gekauft, Leute. Brauchen wir nicht. So, weg damit, Alter. Löschen. Und morgen kommt mein Game Master-Kit an, Leute. Warum wird denn das später zugeschickt? Was soll denn das? Wann kommt denn das an hier? Moment, ich muss ganz kurz. Donnerstag. Oder vielleicht street morgen der Game Master. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken, ob alle Sachen schon da sind. Wieso kommt denn das jetzt nicht an? Warte mal ganz kurz. Ich muss ganz kurz was checken. Irgendwas. Hä? Moment. Sekunde, Leute. Scheiße, es kommt erst Montag. Ich brauche die Handschuhe ja direkt, wa? Montag, Alter. Nee. Morgen. Hier. Sehr gut. So. Morgen könnte es sein, Leute, dass der Game Master streamt bei mir. Ich weiß es noch nicht. Aber vielleicht streamt morgen der Game Master, Alter. Ja. So. Dann gucken wir mal. Und rein damit. So. Gut. Bestellungen sind getätigt, Leute. Es könnte sein, dass morgen, wie gesagt, der Game Master hier streamt. Wir wissen es noch nicht. Aber das wäre natürlich gruselig, Alter. Das wäre natürlich echt gruselig. Das wäre... Wenn morgen der Game Master streamt, Leute, das wäre krass. So. Rebecca Wing, Alter. Sie hat sich auch mit dem Game Master geprüft. Let's go. Ich habe mich gefangen. Ach, Sch**te. Ey. Nimm deine Maske ab. Ey, Leute, ich kriege die Maske nicht ab. Er hat seine Hände davor. Ich kann mich auch nicht mal hier raufsetzen und ihn irgendwie festnehmen. Setz dich auf sein Gesicht. Ey, er ist so stark, Mann. Wie geht das? Wie kann der Game Master so stark sein? Ey, nimm die Maske ab. Sag doch endlich, wer du bist. Sag doch endlich, wer du bist. Ey. Leute, das geht so nicht. Warum ist er so stark? Die hat 1,6 Millionen Abonnenten und ich bin wieder mal bereit, mir das Leben zu nehmen. Sche**e, das ist mit Sicherheit ein Typ oder so. Mit Sicherheit. Ey, der will mich wegschubsen. Sch**e. Sch**e. F**king hell, Bro. Ich steck fest. Was ist das? Hilfe. Das ist wie bei Mitten im Leben, Alter. Man wird einfach in die Storyline reingeworfen. Das braucht keine Erklärung, gar nichts. Man wird einfach in die Story reingeworfen. Die Leute, der hat mich festge... Der hat mich hier... Sche**e. Mir fallen so viele böse Witze wieder ein mit einer Frau, die gemeinsam mit einem Kerl alleine in dem Keller ist. Aber ich lasse es einfach und halte mein Maul und wir schauen uns jetzt dieses Video an. Stell dir Dank, wo der uns zappt. Hehehe. Ich hänge mit meinen Schuhen hier fest. Er ist rausgerannt. Warum ist der rausgerannt? Scheiße. Was war das? Alter. Ich sag's euch, ne? Der hat mich so weggekickt. Ist so, ist so, ist so, ja. Was ist das? Sch**e. Ich hab die falschen Schuhe gewählt. Scheiße. Ich hab die falschen Schuhe gewählt. Was ist das? Ist das ein MMO, oder was dir da zockt, Bruder? Sch**e. Verdammt. Wo ist der überhaupt hin? Und dann hat er auch noch das Fischernetz genommen, um mich einzufangen. Dabei seh ich gar nicht aus wie ein Fisch. Ich riech halt nur so. Sch**e. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der zum Teufel hin? Verdammt. Was war das? Leute, ich wollte ihm gerade die Maske abreißen. Dann hat er seine Hände davor gehalten. Die ganze Zeit so. Ihr habt das ja gesehen. Ich konnte einfach nicht anders. Außer es zu versuchen. Und dann nimmt er noch das Fischernetz und schmeißt es mir rüber. Meine Schuhe haben sich da drin verheddert. Scheiße. Ey Leute, ich hab die falschen Schuhe angezogen. Er hätte vielleicht andere Schuhe angezogen, dann wäre das überhaupt nicht passiert. Oder halt gar keine. Wenn er einen Fußfetisch hat, Win-Win-Situation für ihn, Alter. Dann kann er deine Füße in den Mund nehmen. Ich weiß doch gar nicht, wie er so schnell jetzt abhauen konnte. Wahrscheinlich ist er einfach gelaufen. Das machen Menschen so, wenn sie fliehen. Aber die nutzen halt ihre Beine und laufen weg. Verdammt, Mann. Verdammt, Mann. Verdammt. Jetzt hat es einmal funktioniert, dieser Plan. Es wird nie wieder funktionieren. Leute, es war so ein ausgeklügelter Plan. Sie hatten Netz über eine Tür gehangen. Und fuck, das wird nie wieder klappen. Ausgleich von Prime, sub mich jetzt rein. Los. Ihr habt da wirklich reingeguckt. Vielleicht dachte ihr, das sei ein Paket von Project Zorgo oder so. Weil er ja nochmal hier hoch wollte und mit jemandem telefoniert hat. Und ich, ich hab ihn schon in dieser verdammten Falle gehabt. Mit diesem Fischernetz, Leute. Und das ist wirklich nicht ohne. Ich hab das hier gerade selbst erlebt. Das ist einfach ein Scheißnet von so einem Klapptor, Digga. Das ist nicht mal ein Fischernetz. Welcher Fisch passt durch deutsche... Was willst du damit fangen, Alter? Fucking Walfisch oder was, du retardest Stück? Scheiße. Wie schnell konnte er das abbekommen? Wie konnten sich meine Schuhe da drin verheddern? Indem die Löcher an diesem Scheißnetz ungefähr so groß sind, Alter. Ihr habt alle reingeguckt und ihr müsst reinzappen. Das geht doch gar nicht. Leute, das ist so dumm. So richtig dumm. Wie kann sowas passieren? Um ehrlich zu sein, hab ich auch richtig Angst gehabt. Ich dachte, was will er, ja? Er schmeißt mir das einfach so rüber. Der hätte mich ja sonst entführen können oder so. Keine Ahnung. Wir hätten dich alle schrecklich auf dieser Plattform vermisst, Bruder. Das muss ich dir auf jeden Fall sagen. Aber er ist abgehauen. Er hat nichts gesagt. Gar nichts. Vielleicht hat er ja Angst, dass es irgendwie ihn verrät oder so. Ja. Warum macht er das? Ich hab noch nie in meinem Leben so lange, glaub ich, ein Rebecca Wing Video geguckt, meine Freunde. Aber das ist auf jeden Fall der perfekte Screenshot. Denn es ist mal wieder Zeit, meine Freunde, für ein ganz besonderes Ritual, was wir hier auf Twitch schon des Längeren zelebrieren, meine Freunde. Ihr wisst alle, worum es geht. Es geht darum, dass Rebecca auf jeden Fall auch an der Stelle hier wieder ihre Vitamine zunimmt, meine Freunde. Und da muss es natürlich auch wieder heißen, Rebecca, Vitamine sind wichtig für dich. Und da würde ich ganz kurz gerne schauen, Rebecca, dass wir für dich, wie gesagt, deine Vitamine bekommen. Warum ist das Ding nicht in PNG? Ich raste aus. Das wollen wir auf jeden Fall an der Stelle so nicht sehen. Moment, meine Freunde, ich suche ganz kurz ein richtiges PNG-Bild. Das kann natürlich nicht sein. Mangelernährung oder sonstigen Dingen. Warum ist das nicht PNG, Alter? Ich hasse das, Mann. Teufel mit den Menschen, die Gottverdammt nochmal sowas als PNG ausschreiben und dann nicht als PNG haben. Ich hasse solche Menschen. Solche Menschen gehören für mich in die Hölle, Digga. Wer macht sowas? Welcher Mensch macht sowas? Welcher Mensch lässt dieses gottverdammte Muster dann auch da? Das macht kein normaler Mensch, Alter. Niemand macht sowas freiwillig. So, Rebecca, an der Stelle, lass es dir schmecken. Du musst ja auch gucken, dass du hier was zu essen bekommst. Warte mal. So, hier, warte. Wir drehen hier mal ganz los nochmal die Gurke, Leute, damit sie auf jeden Fall auch genügend zu essen bekommt. Es ist ja wichtig, dass wir da auch an sie denken im Sinne der Ernährung von ihr. Schauen wir mal hier. 25. So, hier, Leute. So, Rebecca. Und jetzt? Mund auf. Gurke genießen. Ne? Lass dir schmecken, Bruder. Und er ist so stark. Ich habe es einfach nicht geschafft, ihn richtig zu bändigen und festzuhalten. Und, Leute, er ist größer als ich. Okay. Ich weiß nicht, ob er nochmal so schnell hier auf den Dachboden kommt. Das war die einzige Möglichkeit, ihn jetzt zu fangen. Weil ich habe ja mit euch herausgefunden, dass er hier öfters ist. Also, irgendwas hat er ja hier drin versteckt. Warte, wir gucken mal da nach. Also, mein Puls geht immer noch, ne? Ja, gut. Wenn der Puls nicht gehen würde, wärst du tot, Mädchen. Also, Größe gehen raus an der Stelle. Ich sag's euch. Ich muss mich gerade eben kurz mal beruhigen. Ja, bitte mach das. Alter Schwede. Ich glaube, da schoss gerade richtig Adrenalin hoch, weil ich hatte richtig Angst bekommen. Weil ich hatte richtig Angst bekommen. Als er mich angegriffen hat. Ja. Mit diesem Fischernetz. Ja. Ich hätte das abreißen können, wenn er nicht seine verdammten Fäuste davor gab. Er hat die ganze Zeit so gemacht. Und er hat richtig festgehalten. Er war so richtig starr. Man hat seine Hände einfach nicht wegbekommen. Ja. Er hat das Licht ausgemacht. Okay. Muss eben anmachen. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie viel Zeit wir jetzt haben. Bitte nicht allzu lange. Nicht, dass er noch mit mehreren kommt, weil anscheinend hat er mit mehreren aus Project SORGO geredet. What the fuck ist Project SORGO, Alter? Project SORGO klingt sowas wie, keine Ahnung, so ein Projekt zum Lifestyle-Managen und zur 1 Million in der WhatsApp-Gruppe. So schmeckt Project SORGO, Alter, an meiner Stelle. Scheiße, mein Fokus spinnt. Er hat anscheinend mit mehreren... Ja, nicht nur dein Fokus spinnt, Alter. ... aus Project SORGO geredet. Ich weiß nicht, wie viele dahinter stecken, aber ich hab das Gefühl, weil er irgendwie PZ5 sagte, dass mehrere Leute dahinter stecken. Definitiv... Klar. PZ5 steht für mehrere Leute. Das ist ein Code für den Project SORGO. Das weiß man doch. ... irgendwie so eine Hacker-Gruppe oder so. Auf jeden Fall ist hier jetzt der Stuhl, dieser komische Creepy-Stuhl. Und irgendwas hat er da drunter geklebt, meine ich. Doch hier. Ja, hat er wirklich. Ey, sollte ich das finden? Hallo? Ähm. Grüße gehen raus an Google Chrome an der Stelle. ... ... ... ...